Willkommen Hallo Freut mich sehr, dass du da bist Ich hoffe, du hast Lust auf eine schöne Fantasiereise Stell dir vor Du sitzt an einem wunderschönen Strand Du hückelst im Sand und hinter dir hat es schöne Palmen Von irgendwo her hörst du schöne ruhige Musik Du tust mit den Füssen in Sand hineinbohren und spürst, wie warm er noch ist Du bist zufrieden das gefällt dir hier Wenn du den Kopf auflöpfen dann siehst du die Palmblätter wie sie schön grün abhängen und leuchten Und wenn du weiter geradeaus schaust dann siehst du das Meer Zuerst ist es hellblau und je weiter dass es rausgeht desto dunkelblauer wird es Du sitzt hier und merkst dass es langsam später wird Die Sonne ist immer tiefer runter und runter gekommen Das Licht hat sich verändert Es ist fast ein wenig goldig Und im Meer tut die Sonne eine Spur hinterlassen und es glitzert Die Sonne kommt immer weiter und weiter runter und sie wird noch leuchtiger und fast orange goldig Es sieht wunderschön aus wie die Sonne fast schon die Meeresoberfläche berührt Wenn du weit in die Weite ausschaut siehst du ein kleines Boot Du siehst nicht wer auf diesem Boot ist du bist Du bist aber schon fest gespannt Werden dort könnte drauf sein Die Sonne geht immer tiefer und tiefer runter das Meer glitzert orange goldig und das Boot kommt immer näher Jetzt hast du das Gefühl du siehst langsam wer auf diesem Boot könnte sein Aber genau kannst du es noch nicht erkennen Jetzt willst du nicht weg gehen Jetzt willst du wirklich schauen wer auf diesem Boot daher kommt Du bist schon fest gespannt Es kommt näher und näher Bald wird es wirklich dunkel und plötzlich du siehst, dass das Boot da ist und du siehst wer drauf ist auf diesem Boot Jetzt bin ich gespannt wer das du siehst auf diesem Boot Vielleicht willst du es aufschreiben vielleicht zeichnen oder einfach jemandem erzählen oder vielleicht auf dem oder vielleicht den nehmen, oder oder du siehst